Heiho! Willkommen zurück zu Chibi Let's Play mit Final Fantasy 4, wieder im Baron, genau genommen im Thronsaal und wir werden nun mit dem König sprechen. Cecil, du bist zurück! Ich freue mich, dass du wohl auch bist. Hab Dank. Ich sehe, dass du den Vater des Paladins eingeschlagen hast. Paladine sind nutzlos. Ein Dunkelritter würde uns besser dienen. Eure Majestät? Eure wer? Oh, du meinst wohl die Zenite von einem König, der uns sein Königreich nicht überlassen wollte. Ich muss sagen, dass es wirklich erhalternd war, ihn zu spielen. Was habt ihr mit dem König gemacht? Du wirst ihn bald genug sehen. Oh, und richte doch Scamillone einen Gruß aus, wenn du ihm im Jenseits begegnest, ja? Dieser Schwächling hat es nie verdient, einer der vier Elementarfürsten zu sein. Wir waren alle stärker als er. Dann bist du! Oh nein! Ich bin Kagnatzu, der Fürst des Wassers. Ja, und hässlich bist du auch. Okay, äh, sammle doch erstmal deine Kräfte. Okay, Wasserelement. Ähm, ich versuch's mal mit Blitzra. Dann kannst du mal... ...Protus einsetzen. Und du kannst mal auf dich selbst wehren. Anscheinend war es doch ganz gut, dass ich vorhin noch jeweils einen Äther an die Magier verteilt habe. Es roch schon so nach Bosskampf. Oh, reißende Fluten? Hat er sich jetzt mit Barriere gebastelt? Ähm, ja dann setzen wir deine geballte Kraft ein. Das war ja schon sehr bitter. Oh Mann. Vitra auf alle. Und Blitzra. Und dann setzt du mal... ...Blitzgar ein. Wow. Blitze brechen die Barriere. Sehr gut. Nimm das. Und diesen hier. Haha, 1205 Schaden. Und nochmal 354. Sehr gut. Äh. Nochmal... ...bisschen die zwei hinterher. Wieder seine reißenden Fluten. Die brechen wir auch wieder mit Blitz. Und dann machen wir mal... Oh. Oh, oh, oh. Reicht nicht mehr. Na gut. Ähm. Ja, dann nimm nochmal Blitzra. Wird schon irgendwie hinhauen. Sonst muss ich dir noch ein Älter geben. 200 immerhin. Hä? Schildkrötenabwehr? Toll. Hauptsache, du rennst mir nicht weg, ne? Hehe. Auffrischen. Oh nein, der heilt sich auch noch. Oh, Mann. Das wäre jetzt nicht so viel Schaden. Na gut. Äh. Täler kriegt noch ein Älter. Für Bitzgar. Ich sag mal, viel wird der Gegner jetzt nicht mehr haben. Auffrischen. Na gut, jetzt schon. Da haben wir eben 500 dazu bekommen. Schildkrötenabwehr. Haha. Na gut. Friss Blitze, du Vieh. 240. 240. Nein. Ach. Ich hab jetzt grad an, an. Parlon, Forum gedacht. Okay, hat aber schon gereicht. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben Kagnatzo besiegt. 4.000, äh. 1.100 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Aber wo ist der König jetzt wirklich hin? Du Fiesling! Hä? Hä? Na? Irgendjemand kriegt noch ein blaues Auge dafür, dass ich in diesem Loch fest saß. Hä? Was? Ist die Show schon vorbei? Sid! Cecil! Du lebst? Ich war besorgt. Es tut mir leid. Wo ist Rosa? Sie war sich sicher, dass du noch lebst und hat dich gesucht. Goh, bis hat sie. Was? Was? Wie konntest du denn das zulassen? Erst mein Schiff und jetzt meine Rosa. Rrrr, Sessel! Und sie ist immer noch in Gefahr. Ruhemind aus Fabul. Ich bin Porum. Und eine Magierin aus Mesidia. Jetzt haben wir schon wieder so eine Pfeife an Bord. Und das ist mein scheißlicher Bruder Parlon. Tja, Streber. Willkommen. Ähm, bist ein gut erzogener Bursche. Sid, wo ist dein neues Luftschiff? Hehehe, dort wo niemand gucken würde. Wir müssen uns beeilen. Rosa ist in Gefahr. Ich weiß, ich weiß. Du musst mir nicht anbrüllen. Wir hören im Gegensatz zu dir noch gut. Los, alle mitkommen. Er meinte alle. Komm! Hehehe. Ihr habt mich besiegt. Aber das war noch nicht das Ende von Kirk Nutzow. Folgt mir ins Jenseits. Hehehe. Was? Was? Die Wände! Was? Äh, äh. Ah! Es ist abgeschlossen. Juhu! Oh nein! Wir kommen hier nicht mehr raus! Pallum? Pohrum? Tja, es gibt nur einen Ausweg. Cecil, es freut mich, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Was sagt ihr vor? Wir können euch doch nicht einfach sterben lassen. Danke für alles, was ihr uns gelehrt habt, weißer Täter. Bereit? Ja. Nein! Brauch! Pallum! Pohrum! Oh nein! Wartet! Medica! Medica! Der Zauber hat keine Wirkung, da die Zwillinge aus freiem Willen zu Stein wohnen. Ihr Dusseltiere! Ich bin ein alter Mann! Das war doch meine Aufgabe, nicht eure! Oh nein! Maaah! Vergebt mir! Ich werde euch beide rächen! Das schwöre ich! Jetzt geht's ans Heimzahlen! Zu Enterprise! Ich kriege dich, Golbis! Zur gleichen Zeit. Er hat Kirk Natsu besiegt. Seine Kräfte wachsen. Herr, wegen des verbleibenden Kristalls. Naja, ich weiß. Das ist ein Problem. Dann sollten wir ihn von Cecil holen lassen. Hm. Ich bin mir sicher, dass er folgen wird. Schließlich haben wir Rosa. Wir können sie gegen den letzten Kristall eintauschen. Hm. Eine primitive Idee. Die vielleicht sogar funktionieren könnte. Und nach dem Tausch werde ich ihn endgültig vernichten. Ich werde gehen und ihnen unsere Kondition erläutern. Kein! Rosa, du wirst bald sehen, dass ich Cecil überlegen bin. Tu das nicht! Ich hatte ja keine Ahnung. Das ist doch schon die ganze Zeit hier. So. So, alle rein spaziert. Unglaublich. Unglaublich. Sie ist... Nicht eine echte Schönheit, ne? Also... Ist sie nicht eine echte Schönheit? Lass sie uns anwerfen. Alle Mann an die Gefechtsstation. Sie werden vor der Enterprise nur so bübbern. Moment. Was ist das? Das ist... Das ist eine weiße Flagge. Hm. Kein! Du bist also noch am Leben, ja? Kein! Du kleine Rette! Wo ist Rosa? Wenn du sie wiedersehen möchtest, dann bringe mir den Erdkristall. Was? Du schamloser Hund! Ich werde zu dir kommen, wenn der Kristall dein Besitz ist. Und wenn dir Rosa etwas bedeutet, solltest du jetzt gehen und dir den Kristall holen. Du! Wach auf, Kein! Bitte! Mehr habe ich dir nicht zu sagen. Tessu! Dieser Mistkerl! Sitt! Kurs Nordwest! Nach Troja! Äh! Okay. Ach, jetzt kann ich sogar selber fliegen und steuern, wie ich will. Oh Mann. Dann haben wir ja doch relativ früh schon ein Luftschiff. Und Sitt mit dabei. Mechaniker. Holzhammer. Streflingsanzug. Okay. Ähm. Moment. Ich merke gerade, wieso bist du denn so weit vorne eigentlich? Weiß mal so. Wo bist du hinten? Und du bist vorne. Ja, jetzt sind die Zwillinge leider nicht mehr dabei. Das ist schon echt traurig. Ich wollte gerne Sicht verwenden. Ich finde es übrigens irgendwie schon wieder erheizend, dass das Luftschiff Enterprise heißt. Ich muss da an Star Trek denken. Ähm. Nordwest hat er gesagt, ne? Also vielleicht hier? Die Ecken? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Aber ich kann es mir vorstellen. Nordwest oder vielleicht hier oben. Gucken wir einfach mal. Ähm. Hier zum Beispiel. Kann ich hier landen? Ja. Stadt Troja. Hey, auf Anhieb gefunden. Willkommen in Troja. Der Stadt der Bäume und des Passers. Ihr habt wohl alles geparkt, ne? Na gut. So, ich habe hier eine Menge Geld. Auf zum Rüstungsladen. Ja, ich kann zum Beispiel zwei Federhüte kaufen. Oder haben wir hier noch was Besseres? Ledergewand. Jo. Kann ich was zum Verkaufen eigentlich? Ein bisschen Platz schaffen hier? Ne? Ne, gar nicht. Ja. 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 Pfeile. Aber die Einzige, die mit Pfeil und Bogen umgehen kann, ist rosa. Naja, ich kann jetzt nochmal ins Innen gehen. Das war vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Gute Nacht. Allzeit bereit! Pssst. Such dir deinen eigenen Platz. Gut. Willst du eine Runde mit uns schwimmen? Ähm, eigentlich nicht. Ich wollte nur mal gucken, ob hier was versteckt ist. Ach, hey. Wieso schwimmst du denn hier in deiner Rüstung? Die wird ja noch rosten. Ja, ich habe ja keine... Ich habe keine Badehose an, wollte ich sagen. Das scheint nicht zu sein. Was machst du denn hier? Nevingway? Was machst... Nevingway? Okay. Was machst du denn hier im Wasser? Willst du auch mal planschen oder was? Da scheint echt nichts zu sein. Ja doch, dir. So ein bisschen. Ähm. Was versteckt ist. Habt ihr schon von der Zwillingsharfe gehört? Man soll damit seine Stimme über große Entfernung hören können. Harfe? Ah, hier ist was. Okay, man muss nur sehr gut suchen. Köder gefunden. Fütteln ein Köder. Und Gil. Na gut. Na gut. Gut, 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 gut. Ich gucke mal kurz im Beutel. Äh, ordnen. Köder, da. Eine Puppe mit dem selben Effekt wie Blink. Ah, okay. Also ein Kampfgut. Für, äh, Ablenkungsmanöver. Nicht schlecht. Gut. Gehen wir mal hier rein. In der Schenke. Hä? Mitgliedsausweis? Mitgliedsausweis der Schenke zum König. Weißen kann ich's mehr. So. Was hab ich jetzt davon? Ein langes Leben wäre gut. Ich bin lieber hier als im Himmel. Würde ich sagen. Ja, endlich hab ich einen guten Platz an der Bar gefunden. Die Damen hier sind wirklich vorzüglich. Vorzüglich. Hey, Schnuckel. Unterhalten wir uns doch ein bisschen. Stella! Du bist doch schön! Was? Du bist ein Mann. Hä? Okay. Besoffener halt, ne? Könnte ich bitte euren Mitgliedsausweis sehen? Äh. Ach so, jetzt brauchen wir den wirklich. Na gut, okay. Hier. Danke. Viel Spaß. Okay. Warte mal, warte mal. Ey. Boah, die rennen ja alle so schnell. Die Luft ist frisch. Das Essen gut. Ich liebe das Nord. Okay. Ähm. Jetzt würde ich gerne hier nochmal gucken. Geh mal aus dem Weg, ey. Ich werde gut auf dich aufpassen. Wieso guckst du so? Willst du jäger? Ja. Ihr seid alle komisch. Komisch. Hi. Ich hoffe, ihr habt einen prallen Geldbeutel, mein Herr. Sonst kommt ihr hier nicht mehr so weit. Nächstes Mal bringst du mir aber einen netten Diamanten mit. Ja, Schatz? Du hast ja nichts zu suchen. Sicher. Wir werden dir alles kaufen. Ach so, das wäre jetzt auf die Dame bezogen, die einen Diamanten will. Dieser Typ soll bloß meinen Jenny, meine Jenny in Ruhe lassen. Ich muss darauf achten, dass alle das bekommen, was sie bestellt haben. Ah, das ist nicht so einfach. Und dann stieß ich den Goblin, meine Klinge in die Brust und er legte ihn mit einem Mal. Dieser Langweiler da drüben redet die ganze Zeit von seinen blöden Abtreuen. Wenn ich noch eine seiner Geschichten hören muss, dann rege ich durch. Ähm, okay, gut. Also, hier ist nichts wirklich Nennenswertes. Geh mal aus dem Weg, ey. Ähm, ja gut. Dann nutze ich jetzt einfach mal meinen Mitskelitsausweis, der immerhin teuer genug war. Geh mal hier rein. Ins schwarze Unbekannte. Oh. Wo bin ich jetzt? Moment, ich hab aus Versehen den Text weggedut. So. Schenke zum König. Heißt es immer noch? Willkommen. Die Vorstellung beginnt in wenigen Augenblicken. Hä? Ähm, eine Privatshow? Welcher Art? Oh. Oh. Ah! Ah! Um, um... Oh! Hallo, Mädels. Ich werd nervös. Das war's. Sehr verwirrend. Auch wenn ich bei der Musik mitgewippt habe. Ganz im Ernst. Hast du nicht etwas Besseres zu tun, als hier herumzuhängen? Sagst du! Sagst du! Okay, wir folgen einfach mal den Damen. Hi. Ey, geh weg, du Perversling! Dies ist die Umkleide. Okay. Wo sind die anderen? Geht's hier weiter? Aber ist das so als Easter Egg gemeint? Oder wie, oder was? Okay. Ja. Oh nein, nicht schon wieder. So, ich hoffe, ich hab die Show jetzt weggeschnitten. Das war dieselbe Show wie gerade eben. Aber sehr interessant, dass sowas eingebaut wurde. Ey, mach die wieder auf. Dankeschön. Ich mein, wir haben hin und wieder ja schon ein paar tanzende Damen gefunden. Aber, äh, ja, das war irgendwie gerade sehr lustig. Hast du meinen Opa gesehen? Wo ist der alte Gauz? Das weiß ich doch nicht. Hä? Geh mir aus der Sonne. Sonst werde ich nie braun. Ich dachte, du bist ohnmächtig. Hey. Hey. Pfff. Renn mir doch nicht weg, ey. Ich habe einen silberlen Safe mit in die Höhle im Nordwesten genommen. Musst ihn aber jetzt zurücklassen. Nordwesten. Safe. Merken. Äh, gut. Hier ist noch ein Haus. Schwarze Chocobo Farm. Hä? Dank des Reichtums an Wasser können wir hier frisches Gemüse anpflanzen und sogar Chocobos züchten. Oh. Oh, da sind sie schon. Ich wusste gar nicht, dass es schwarze Chocobos gibt. Neue Chocobo Arten entdeckt. Unglaubliche. Schwarze Chocobos. Revolutionäre Transportwesen. Chocobos sind echt süß. Aber sie riechen ein bisschen. Stessioran. Diese schwarzen Chocobos können aus irgendeinem Grund nicht fliegen. Naja, eigentlich kann kein Chocobo wirklich fliegen. Nur ein bisschen flattern. Aber im Chocobo Dorf im Norden gibt es welche, die auch tief fliegen können. Also sehr tief. So kurz verboten. Aber man kann... Man kann leider nur in Wäldern landen. Ich will einen schwarzen Chocobo reiten und fliegen. Aber ich glaube nicht, dass Chocobos mich mögen. Sie flippen immer aus, wenn ich in der Nähe bin. Ja. Oh. Oh, unsichtbare Wand. Weg. Warum auch immer. Was ist hier? Ah. Achso, ich kann hier rein. Okay. Schwarze Chocobos finden den Weg nach Hause. Aber sie laufen weg, wenn sie eine Rundreise gemacht haben. Okay. Oh, seid ihr süß. Seid ihr süß. Ich würde euch alle am liebsten behalten. Ähm. Das habe ich so jetzt nicht gemeint. Kommst du da mal wieder raus? Kommst du da bitte mal aus dem Korridor wieder raus? Sonst komme ich nicht mehr raus. Mann, Chocobo. Das sind aber zu viele gerade. Aber jetzt hau mal. So, jetzt hau ab, CPU. Ist ja noch was. Ja. Ich finde das immer sehr verwirrend mit dem schwarzen Hintergrund, den man begehen kann. Wäre schön gewesen, wenn man den vielleicht ein bisschen einfach nur dunkelgrau gehalten hätte. Ja, dass man ihn nicht so offensichtlich sieht, aber irgendwie ja doch. Das wäre gut gewesen. Na gut. Okay, das war die Stadt Treuer. Im nächsten Part gucke ich mich dann hier im Schloss um und vielleicht auch ein bisschen in der Umgebung. Meine Lieben, wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben geben, kommentieren, abonnieren, bald wieder einschalten. Bis dann und Chibi-Cheers!